SIRVUS! Hallo, ich fühl's also... Seht ihr jetzt in der Ecke? Ja, mach nur mit, mach nur mit. SIRVUS! SIRVUS! Und herzlich willkommen zu einem neuen Video! SIRVUS! Und, ähm, heute spielen wir Last Day on Earth Survival, glaube ich, heißt das. Ja. Verbindung mit Server. Ich mal wieder, Internet ist komplett am Start. Oh, gut, geiles Internet. Ähm, bin ich männlich oder weiblich? Wollen wir mal nachschauen? Männlich, glaube ich. Ähm, meine Haar... Äh, Hautfarbe... Oh, lol! Was war das denn? Haarfarbe ist grau. Meine Frisur... Das ist ne geile Frise. Ey, so, ich bin so ein riesiger Opa. Komm! Okay, geil. Da ist so ein Typ, der hat Ketchup an seiner Axt dran und da oben ist seine Oma. Ähm, ja. Ich find deine Oma gruselig. Kann es bitte wecken in dieses Bild? Junge, wie lang lädt das bitte? Oh, ich hör was. Das ist zu laut. Ui, das bin ich, hallo? Ich kann rumgehen. Da sind irgendwelche so Blöcke. Ui, hallo, wer wieso... Hallo! Ey, Hilfe, schlag mich halt nicht! Hallo! Wer ist das denn nur, hallo? Wer sind sie? Marcel Labis, 1 und 1. Ach, hallo Marcel Labis, kann ich dich irgendwie umbringen? Nö. Was? Manchmal gibt es zeitlich begrenzte Ereignisse am Arsch, oder? Du bist, also in dem grünen Bereich eine Klatsch, da gehst du zur Map. Wie komm ich denn wieder raus? Ich muss warten bis klar und dann halt einfach da auf betreten. Okay, das ist ein sehr komisches Wesen. Dieses Wesen redet eine Sprache namens Bayerisch. Sorry. Sie können das gerne in den Google Übersetzer eintragen. Bayerisch ist ein Land. Was? Ja, ich hab heute... Ich hab heute Herbert dabei. Ähm, hallo, sag mal hallo. Nö. Ja, dann eben nicht. Komm mal her, ich glaub, dich hört man nicht. Oh, ui. Servus. Jetzt ist er auch schon wieder weg. Okay, da hat Herbert kurz weg müssen, seine Mutter war da. Ähm, seine Mami. Ähm, ja, jetzt muss ich leider alleine spielen. Okay, was kann man denn hier machen? Er hat mir das Spiel empfohlen. Kann ich irgendwie den Stock aufheben? So. Ah ja, okay. Jetzt hab ich einen Stock. Ist das jemand? Hallo? Oh, ich will den da. Ich will den Busch. Ich krieg leider noch... Kann ich das auch haben? Ui. Kann ich hier jetzt irgendwas bauen? Nein, leider nicht. Ähm, nutzen irgendwie? Nein, leider nicht. Okay, kann ich da was haben? Ähm, oh, ich kann mir da ein Motorrad bauen. Krass. Krass. Aber ich bräuchte... Oh, da ist was bei Geld. Was? Nein, ich will nichts kaufen. Bitte Hilfe. Ähm, ein Beil kann ich machen. Warte mal, ein Speer will ich lernen. Okay, das brauche ich. Da brauche ich drei Holz. Das habe ich doch jetzt. Okay, habe ich jetzt ein Speer? Wo ist jetzt mein Speer? Ähm, ah, das ist so irgendwie ducken oder sowas. Ah ja, da ist ein Hirsch, bitte. Oh nein. Kacke, wo ist mein Leben? Ah, da oben links. Warum heiße ich Player 6705? Keine Ahnung. Okay, kriege ich da Leben, wenn ich das esse? Nein, leider nicht. Ich kriege nur Beeren. Ähm, bitte? Komm, wir fighten jetzt. Komm. Und auf die Fresse, Alter. Was willst du? Was willst du? Nichts willst du. Und Leute, schaut mal vielleicht bei meinem letzten Video vorbei. Da habe ich mir ziemlich viel Mühe gegeben. Könntet ihr mal abchecken. Ähm, aber okay. Ähm, warte mal. Mein Rucksack? Kann ich das jetzt einfach... Ich kann das jetzt einfach... Äh, nur ausrüsten. Okay, 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 okay. Jetzt habe ich den ausgerüstet und jetzt kann ich da so... Ah, okay, 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 okay. Das habe ich jetzt gecheckt. Hm, warte mal. Da ist... Da ist ein Zombie. Jetzt mache ich mehr Schaden. Aber ich kriege gerade auch ziemlich viel Schaden. Ich weiß aber nicht, wie ich mich heilen kann. Erforderlich Spitzhacke. Dann warte mal. Dann gehe ich jetzt mal hier drauf. Spitzhacke. Lernen. Ah, da brauche ich mehr Holz. Wartet mal. Das sollte ja ziemlich schnell gehen. Ja, das kann man auch mal mitnehmen. Ähm. Ui, nein. Auf dich habe ich gerade irgendwie absolut keinen Bock. Äh, ja. Holz, bitte. Ah, ich habe keine Axt. Oh mein Gott. Hier sind überall Zombies. Bitte können die weggehen? Das wäre toll. Ah, hier ist noch ein Stock. Okay. Okay. Und Steine. Die kleinen Steine kann ich aufheben, oder? Ah, ja. Okay. Nein, ich will... Okay. Zwei und drei. Gut, jetzt sollte ich das herstellen können, oder? Spitzhacke. Fertigen. Okay. Okay. Ah, da gibt es auch Bögen und sowas. Okay, krass. Okay, krass. So. Okay. Ich baue das jetzt ab. Ähm. Okay, das ist, äh. Ah, das... Jetzt, wenn ich das komplett abbau, dann kriege ich Eisenerz. Okay. Du kommst jetzt erstmal her. Aber ich kriege immer einen Schaden, wenn ich einmal angreife, oder? Ich bin mir nicht sicher. Ah, ich kann den glaube ich auch looten. Genau. Okay. So. Alle nehmen. Okay, was ist das? Ah, das ist ein Hirsch. Okay, okay. Bin ich auch irgendwo sicher vor den Zombies? Das wäre, glaube ich, ganz cool. Aber hier drin, glaube ich, nicht. Kann ich auch was bauen? Warte mal. Kiste, Lagerfeuer, Schmelzhofen. Oh mein Gott, Alter. Level 6. Ich weiß nicht mal, wie man levelt. Ähm. Ich bräuchte vielleicht irgendwie eine Wand oder sowas. Das wäre toll. Ein Hackmesser. Oh mein Gott, ich brauche... Alter, was man da alles bauen kann. Ich brauche jetzt, glaube ich, erstmal ein Weil. Dafür brauche ich Holz und Stein. Das holen wir uns kurz. Ähm. Hier liegt ein bisschen Holz rum. Stein. Oh, hier hinten kommt ein Zombie. Ich habe kein Leben. Bitte. Könntest du... Ich habe kein Leben. Bitte könnten sie mir helfen. Ähm. Mit der Spitzhacke kann ich jetzt auch die krassen, die großen Steine hier abbauen. Okay. Ähm. Drei Kalksteine kriege ich da. Ist das auch Kalkstein? Ja. Da kriege ich drei. Muss ich da auch dreimal draufhauen? Nein, ich meine, ich will nicht hier draufhauen. Bitte. Dream Piano. Dankeschön. Dass du in mein Video reinkrast. Das ist doch super nett. Oh, Levelaufstieg. Okay. Bin ich jetzt Level 1? Oder Level 2? Okay. Nehm das mal bitte. Wenn ich da einmal drauf drücke, haut er dann lang? Nein. Ich muss einmal drauf drücken, dann haut er einmal. Okay. Ähm. Ich will mir jetzt bitte ein Beil machen. Ähm. Hier ein Beil. Ah, ich habe zu wenig Holz. Ähm. Oh, eine Tischlerbank. Das ist, glaube ich, wichtig. Aber wir brauchen natürlich erstmal ein Beil. Oh mein Gott. Irgendwie habe ich mich geheilt. Ich weiß aber nicht wie. Gibt es auch nicht wandernde Zombies? Da ist ja gerade gestanden. Wandernder Zombie. Gibt es auch Zombies, die nicht wandern? Ich weiß nicht. Äh. Hier rechts ist noch so ein Bausymbol oder so. Was kann ich hier machen? Ah. Okay. 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 Herbert hat mir auch gesagt, ich kann da bauen. In dem Spiel. Jetzt weiß ich auch wie. Ich glaube, das Spiel ist echt nice. Da könnten jetzt ein paar mehr Parts kommen. Ich hoffe, es stört euch nicht, wenn da ein paar hintereinander kommen. Ah. Ich habe noch keine Axt. Okay. 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 So. Äh. Das Holz bitte einmal nehmen. Ich bräuchte noch ein Holz, oder? Das reicht jetzt. Jetzt kann ich mir ein Beil machen. Danke. Okay, jetzt kann ich auch die Bäume abbauen, oder? Ich glaube schon. Ah, da unten ist auch die Leiste vom XP. Äh, Kiefernholz. Drei Kiefernholz. Hacken wir die zwei Bäume hier um. Und dann... Ui. Hier steht... Ein paar Sachen bekommen wir da. Aber das ist jetzt gerade eher uninteressant. Warte mal. Ich glaube, ich baue mir das einfach irgendwo anders auf, wo kein anderer gerade ist. Oder ist das ein anderer Spieler wirklich? Ich weiß gerade gar nicht. Ah, ich kann das auch durchsuchen. Okay, 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 okay. Ähm. Was ist das? Bitte. Ich nehme einfach mal alle. Nein. Ah, ich kann da... Ah, ich... Ah, einen Rucksack brauche ich. Ich brauche einen Rucksack. Und ich glaube, das ist gar kein anderer Spieler. Ähm. Kann ich das irgendwie... zerstören? Ich finde das nämlich hässlich. Bitte macht das weg. Etwas im Weg. Irgendwie kann ich das nicht zerstören. Ähm. Dann baue ich mir jetzt einfach... Warte mal. Der Baum, der störtchen. Warum habe ich kein Weil mehr? Geht das kaputt? Warte mal. Mein Rucksack. Ähm. Ich habe jetzt so eine komische Fleischer Keule da. Okay, okay, okay. Interessant. Ist das so eine Werkbank? Das ist doch... Das ist eine Waffendrehbank. Okay. Wenn ich jetzt hier auf Bauen gehe, kann man das hier... Nein, warte mal. Okay, hier mache ich jetzt einfach... Äh, so ein paar... Sachen hin. Ja. Okay, es passt. Äh, warte mal. Schließen. So kann ich das auch anzünden? Ah, da ist Fleisch drin. Kann ich das jetzt da reinmachen? Nein. Anscheinend nicht. Okay. Ähm. Was wollte ich mir gleich nochmal machen? Ich wollte mir... Äh, oh, was ist das? Eine Dusche. Ja, moinsinn. Okay, ein Rucksack. Dafür brauche ich aber so Fahne... Äh, Fahnen. Und, äh, die Seile. Die kriege ich... Die Seile, die kriege ich aber von den Zombies. Das ist... Das ist easy. Aber das Problem ist, mein Inventar ist voll. Ähm. Ah, nein. Das ist, glaube ich, nicht so gut. Warte mal. Ähm. Was kann ich denn... Es ist schade, dass es keine Kiste gibt. Das rüste ich einfach aus. Hui, jetzt habe ich eine Jacke. Äh, das rüste ich einfach aus. Und dann... Könnte ich jetzt eigentlich... Weitermachen. So. Ähm. Gib mir mal... Hä? Ich wollte ein Seil von dir haben. Ich will nur ein Seil. Bitte. Das wäre sehr nett. Habe ich die alle schon durchsucht? Sucht? Hä? Holz? Ich bräuchte bitte Seil einmal. Das wäre... Das wäre super nett. Wenn ich in das Grüne reinlaufe, dann bin ich irgendwie tot oder so. Keine Ahnung. Dann komme ich in irgendeine Lobby. Ich weiß es nicht. Aber okay. Ah, ja, ja, ja. Das brauche ich noch. Wie viele von denen brauche ich denn für einen Rucksack? Drei. Okay. Jetzt brauche ich nur noch Seile. Wie mache ich mir Seile? Warte mal. Kann ich mir die irgendwie herstellen? Anscheinend nicht. Hm. Später kann ich mir auch einen Hund machen. Krass. Baue ich mir einfach so. Wer kennt es nicht? Ich baue mir auch immer einen Hund. Aber okay. Ui. Die Stecker, die spawnen einfach, oder? Komm, du kriegst jetzt auch Fress. Oh, ja. Oh, ja. Da ist Fleisch drin. Ja, okay. Ein Seil. Okay. Warte mal. Rucksack. Den da, den kann ich ja wegschmeißen, oder? Das, da habe ich ja jetzt Besseres. Dann nehme ich das jetzt einfach mit. Das nehme ich auch kurz mit. Ah, bei einem Levelaufstieg, da kriege ich, äh. Äh. Leben, glaube ich. Aber ich bin mir nicht ganz sicher. Okay. Äh. Jetzt bräuchte ich noch einen Zombie. Wille? Ein Zombie? Das wäre nicht. Könnte hier irgendjemanden daher wackeln? Wille? Weil ich brauche einen Rucksack. Hallo, Ubi. Helfen Sie mir. Ich bräuchte einen Zombie. Es ist auch komisch, dass sie nicht auf die Karte zugreifen. Warte mal. Mein Freund hat mir gesagt, Herbert, dass ich, ähm, mir hier so einen Turm machen kann. Und dann können wir miteinander spielen. Aber das... Ich schaue jetzt erstmal, ob die Aufnahme noch aufnimmt. Und dann, ja. Bis gleich. Ja, die Aufnahme läuft zwar noch, aber das sehen wir wahrscheinlich erst beim nächsten Mal. Denn die Folge ist jetzt erstmal beendet. Und somit würde ich sagen, das war's mit dem Video. Liken und abonnieren nicht vergessen. Und somit... Tschau. 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 Tschau.